Jetzt beginnen wir mit der Atemübung. Atme tief ein und aus. Du atmest die Luft durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Du hast deinen eigenen Rhythmus. Du atmest ein und wieder aus. Nun atme tief ein und lasse deine Schultern locker fallen. Los. Einfach, dass du merkst, dass eine Last von dir abfällt. Genieße diesen Moment und lass die Entspannung auf deinen ganzen Körper wirken. Du atmest nun wieder tief ein. Lass deine Zunge locker werden und leg sie in deinem Kiefer ab. Du atmest wieder aus. Atme jetzt noch mal tief ein und aus und lockere deinen Unterkiefer. Wenn du jetzt bereit bist, kannst du nun deine Augen schließen. Du spürst jetzt schon, was diese kurze Entspannungsphase mit deinem Körper macht. Fühle genau hin und spüre diese Entspannung und die anfangende Ruhe. Genieße diesen stillen und entspannenden Moment. Du merkst jetzt, wie dein Körper durch das Lockerlassen der Schultern, durch das Ablegen der Zunge im Unterkiefer, dass dein Körper automatisch anfängt zu entspannen. Beobachte deine Ein- und Ausatmung, wie entspannt sie ist und wie mühelos sie ist. Du atmest einfach so, wie du es möchtest, wie es jetzt für dich richtig ist. Durch dein Ein- und Ausatmen spürst du, wie du langsam zu dir selber kommst. Du nimmst dich jetzt ganz entspannt wahr. Du atmest weiter in deinem Rhythmus ein und aus, so wie es dir gut tut. Pause circa zwei bis drei Minuten. Deine Atmung zeigt sich in deinem Rhythmus, in deiner Intensität. Deine Atmung ist so tief, wie du es brauchst und du atmest so weiter wie bisher. Du genießt diesen ruhigen, entspannenden Moment. Deine Atmung gibt dir das tiefe Vertrauen, dass dir nichts geschehen kann, weil die Atmung ganz automatisch passiert und du dich ganz bewusst auf dich selber konzentrieren kannst. Genieße diesen Moment, dieses Gefühl. Lass alles sich in deinem Körper ausbreiten und manifestieren. Du kannst deine Atmung auch bewusst steuern. Nehme deine Atmung bewusst wahr und zähle dabei bei der Einatmung bis eins. Beim Ausatmen zählst du innerlich bis zwei. Mache deine Atemzüge weiter nach deinem Rhythmus, sodass du immer tiefer und tiefer in die Entspannung kommst. Circa 30 Sekunden Pause. Es wird immer ruhiger in dir. Dein Alter zieht an dir vorbei, immer weiter weg. Deine Gedanken kreisen um dich herum. Alle Herausforderungen, alle Aufgaben, die dich jetzt bewegt hatten, legst du jetzt zur Seite und kümmerst dich ganz alleine nur um dich und um deine Atmung. Du bist ganz ruhig. Genieße diesen wundervollen, ruhigen, schönen Moment und bleib ganz bei dir. Pause circa zwei Minuten. Dein Körper, deine Seele, du selbst darfst nun dem Geplätscher des Baches oder der leisen Musik lauschen. Du fühlst dich innerlich frei, ruhig und entspannt. Pause circa zwei Minuten. Es wird immer ruhiger in dir. Du darfst in diesem Moment einfach nur sein. Einfach nur bei dir selbst ankommen. Diese unendliche Ruhe in dir strömt durch deinen ganzen Körper. Du spürst sie in jeder Zelle, in jedem Knochen, in jedem Organ. Du lässt diese Ruhe den Raum, den sie braucht. Du genießt sie, so wie du es für richtig hältst. Pause circa eins bis zwei Minuten. Dein Körper wird immer schwerer und dein Körper wird immer entspannter. Spüre in deine Arme und spüre, wie deine Arme sich ausruhen und erholen. Spüre in deinem Körper, wie er sich ausruht und erholt. Spüre ganz genau hinein. Spüre in deine Beine, in deine Füße, in dein Becken hinein, wie sie sich ausruhen und erholen. Du spürst ganz genau, wie dein Körper immer schwerer wird, aber auch lockerer und entspannt ist. Die wunderbare Ruhe breitet sich immer mehr aus und du bist froh, dass du dir die Zeit für dich selbst gestattet hast. Jeder Atemzug, den du machst, lässt dich tiefer und tiefer bei dir ankommen und entspannen. Dein ganzer Körper hat diese Ruhe und diese Entspannung wahrgenommen und genießt in vollen Zügen diesen wohltuenden Moment. Es ist einfach nur wundervoll, einfach nur hier zu sein und nichts zu tun. Die volle Entspannung zeigt sich, es tut dir unendlich gut. Die inneren Organe spüren diese Entspannung, dieses Loslassen, diese Ruhe, es tut ihnen unendlich gut. Atme tief ein und aus, dass diese unendliche Ruhe sich immer mehr in deinem Körper ausbreiten kann. Diese grandiose, wohltuende Pause nimmt Raum in dir und du spürst dich ganz und gar. Du bist vollkommen entspannt. Ihr kommt immer mehr und mehr bei euch selbst an. Du spürst, dass alles an dir wundervoll ist, dass alles, so wie es ist, richtig bei dir ist. Du bist richtig, so wie du bist. Du bist einzigartig, grandios und wunderbar. Das bist du. In diesem Moment bist du bereit, noch mehr loszulassen. Alle Masken fallen zu lassen. Du bist du. Weil du so gut bist und wertvoll bist, wie du bist. Du bist einzigartig und wunderbar. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sei einfach so, wie du bist, weil so bist du richtig. Alle Emotionen, die jetzt sichtbar werden, die du jetzt spürst, lasse sie einfach zu, denn sie sind ein Teil von dir. Du darfst ihnen jetzt Beachtung schenken. Schaue sie noch einmal richtig an. Und wenn du sie nicht mehr brauchst und erkannt hast, darfst du sie jetzt in diesem Moment einfach loslassen. Du akzeptierst dich, so wie du bist, weil nur so bist du authentisch. Und du erkennst dich selber wieder und nimmst dich richtig wahr. So wie du bist. Wunderbar. Atme tief ein und aus, so wie es gerade für dich richtig ist. Lasse all das sein, was du nicht möchtest. Und lass alles da, was sich jetzt zeigt. Gebe den Emotionen, die Gedanken, die Ängste, die Sorgen, den Raum, den sie brauchen. Lass sie einfach nur da sein. Ohne Wertung und ohne Urteil. Pause ein bis zwei Minuten. Fühle noch einmal ganz tief in deinen Körper rein, welche Ruhe, welche Entspannung sich in deinem Körper breitgemacht hat. Jetzt ist langsam die Zeit gekommen, dass wir wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen. Langsam aber sicher führt dich jetzt deine Atmung zurück ins Hier und Jetzt. Du atmest jetzt noch kräftiger ein und aus. Du fühlst jedes Körperteil von dir ganz bewusst. Du kannst jetzt nun deine Arme, deine Beine strecken. Du drehst deine Handgelenke, du drehst deine Fußgelenke. Du streckst deine Arme, du streckst deine Beine, du bewegst deinen Körper. Du gähnst ganz laut und streckst dich. Mache das jetzt ganz bewusst. Du bist jetzt zurück im Hier und Jetzt. In deinem Raum, wo du die Entspannungsübung begonnen hast. Du hörst alle Geräusche, die du vorher gehört hast, bevor du die Übung begonnen hast. Atme noch mal richtig tief ein und aus. Nun kannst du deine Augen öffnen. Wenn du magst, kannst du noch einige Minuten liegen bleiben und über das, was du erlebt hast, nachdenken. Aber du kannst auch einfach aufstehen. Du kannst jetzt ganz normal mit deinem Alltag beginnen. Ich hoffe, euch hat diese Entspannungsübung gefallen und wir treffen uns beim nächsten Mal auf der Mausseite wieder. Euer Judo News Online Portal. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, wisst ihr, könnt ihr das Kontaktformular benutzen und dem Franz und mir schreiben. Jetzt sage ich einfach Tschüss, bis bald, wir freuen uns auf euch. Euer Judo News Online Portal. Du kannst Ojudo News Online 계ham geben. Das war übrigens noch nicht Agung потому, dass Lausse